Herzlich Willkommen, zweiter Jugendtag Community Talk am dritten Tag hier in der Wikipacker WG. Ich freue mich sehr, dass wir drei Gäste haben. Paul Lurp 42 ist da, Liv ist da und Wey mit dem Zopf werden euch jetzt gleich über die Datenschutzgrundverordnung und überhaupt Datenschutz für Jugendliche etwas erzählen, direkt nach unserem Vorspann. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich hoffe man kann uns gut hören und ihr seid alle sehr gespannt. Uns heute zuzuhören, denn wir wollen heute über Datenschutz und warum Datenschutz besonders für Jugendliche wichtig ist und DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, das sind ja legalere Teil davon, reden. Und wir dachten, wir stellen es erstmal vor, ich bin Liv und ich bin seit, ich glaube erst anderthalb Jahren bei Jugendtag dabei. Genau, und ich beschäftige mich selber mit Datenschutz und werde euch auch ein bisschen was von meinem kleinen Projekt vorstellen. Genau, ich benutze sie ihr Pronomen und gehe noch zur Schule, was auch was mit meinem Projekt zu tun hat. Hallo, ich bin Paul, ich bin zehn Jahre alt und studiere jetzt Informatik und bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei Jugendtag, interessiere mich auch für Datenschutz und werde euch auch ein paar Sachen erzählen, was ich für lustige Sachen mit Datenschutz gemacht habe und so. Moin, ich bin zwar mit dem Zopf, Pronomen sie ihr, ich beschäftige mich auch total gerne mit Datenschutz, gerade auch in Bezug auf Softwareentwicklung. Und wir dachten, wir fangen jetzt mit so einem kleinen Icebreaker an und zwar, was ist euer Lieblingsdatenschutz-Fun-Fact? Genau, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mir was zu überlegen, aber Paul, willst du vielleicht anfangen? Ja, ich habe tatsächlich was und zwar, es kennt ja eigentlich wahrscheinlich ziemlich viele Leute diese Datenschutzerklärung, so ellenlangen Texte, die sich so gut wie niemand durchliest und ich habe dann mal angeguckt in der DSGVO, was da drin steht und da steht tatsächlich im Prinzip drin, dass die mit Emojis gemacht werden können. Also, das steht nicht ganz drin, aber ich kann ja mal kurz zeigen, was drin steht. So, jetzt muss der, ja, an der DSGVO steht nämlich in Artikel 12 drin. Die Informationen können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden und wenn sie elektronischer Form dargestellt werden müssen, müssen sie maschinenlesbar sein. Und, ja, was sind standardisierte Bildwohle, die maschinenlesbar sind als Emojis? Das ist ganz witzig, weil es würde natürlich Datenschutzerklärungen aufwerten, dann würden wahrscheinlich viel mehr Leute sich die auch angucken. Ja, total. Mit dem Zopf hast du irgendwas? Ja, dein Funfact finde ich richtig gut, auch im Positiven richtig gut. Und mein Funfact geht leider nicht ganz so ins Positive. Ich habe mir mal die Datenschutzerklärung von Microsoft runtergeladen und als PDF gespeichert. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, wie viele Seiten sind das wohl in A4? Das sind 1200. Das ist ganz clever gelöst. Das ist eigentlich nur so eine Seite auf dem Bildschirm. Aber das sind ganz viele Unterpunkte. Und wenn alle expandiert sind, dann sind es 1200 Seiten PDF auf A4. Das finde ich schockierend, aber trotzdem lustig. Und Liv, hast du da irgendwie was, was du lustig findest? Ich fürchte, ich habe nicht so richtig so einen Funfact, aber eher so einen Nachdenkfakt. Ich finde zum Beispiel das Recht auf Vergessenwerden in der DSGVO total spannend. Und so, was das irgendwie ethisch so bedeutet und so, was macht das Internet mit uns? Und wie lange bleibt man da und sowas? Das ist nicht so ein Funfact, aber so ein Nachdenkfakt. Und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, wir sind alle keine Anwälte. Alles, was wir hier sagen, könnte theoretisch falsch sein. Wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben. Aber falls ihr irgendwelche richtigen Fragen habt, die wirklich das Gesetz betreffen oder da irgendwie Probleme habt, solltet ihr am besten mit einem richtigen Anwalt darüber sprechen. Wunderbar. Dann erstmal so, warum ist denn, warum ist Datenschutz wichtig? Worum geht es überhaupt bei Datenschutz? Mit dem Zopf willst du da mal was dazu sagen? Ja, genau. Es gibt beim Datenschutz, so unabhängig jetzt von Recht und Datenschutz-Grundverordnung und unabhängig davon, wo wir uns gerade sind, es gibt so Grundsätze des Datenschutzes. Das sind eher so philosophisch-ethische Grundsätze. Da geht es darum, was ist Datenschutz überhaupt und weshalb sind personenbezogene Daten überhaupt wertzuschützen? Gut, für die meisten, die das hier angucken werden, haben das schon so eine Idee, aber trotzdem können wir es ja nochmal durchgehen. Da geht es den ersten Punkt, das ist ein ganz abstrakter Punkt, das ist der Grundsatz von Treu und Glauben. Das hört sich total kryptisch an, aber da geht es erstmal darum, dass Datenschutzverhältnis, dass Daten verhältnismäßig verarbeitet werden soll. Das heißt, dass ich nicht einfach irgendwelchen Quatsch mit Daten machen kann, dass ich vertrauenswürdig umgehen muss mit allem, was personenbezogene Daten sind. Der nächste Punkt ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ich darf nicht für irgendwie eine Bestellung von einer Pizza einen kompletten Lebenslauf und die Schuhgröße aller Verwandten verlangen. Das hat nichts damit zu tun und steht in keinem Verhältnis. In anderen Ländern kenne ich das leider, aber, also in Indien ist das leider so, dass man alles mögliche überall angeben muss, aber eigentlich entspricht das nicht den Prinzipien des Datenschutzes. Der nächste Punkt ist die Zweckfindung. Das heißt, ich darf nicht sagen... Achso, ich wollte davor mal fragen, weil, was sind denn diese personenbezogenen Daten? Wenn man das Begriff jetzt schon dafür mal verwendet, aber vielleicht weiß jetzt nicht jeder, was das jetzt bedeutet oder sowas. Vielleicht willst du das kurz erklären? Kann ich kurz machen. Personenbezogene Daten sind alles, was mich identifizierbar macht. Das könnte mein Name sein, meine Adresse, mein Wohnort, mein Alter oder eine Kombination vor allem häufig aus dem. Aber im Digitalen auch so Dinge wie eine IP-Adresse. Damit kann ich identifiziert werden. Personenbezogene Daten sind alles, die bezogen auf mich sind. Womit ich sagen kann, das ist ziemlich sicher diese Person. Okay, genau. Also, personenbezogene Daten, glaube ich, das ist sowas, was man ganz oft hört. Und da gibt es aber ja sozusagen auch noch Unterkategorien. Also, zum Beispiel, meine Gesundheitsdaten sind total wertvoll oder sowas, dass ich besser schützen sollte als vielleicht meine Schulgröße. Obwohl man natürlich irgendwie alle Daten schützen sollte. Aber zum Beispiel mit meinen Gesundheitsdaten kann man ganz viel Sachen über mich herausfinden, über mein persönliches Leben und mich vielleicht auch irgendwie mehr beeinflussen. Und das sind Sachen, die ich privat halten möchte. Umgegen zum Beispiel meine Schulgröße, obwohl sie natürlich auch irgendwie zu mir gehört, vielleicht nicht ganz so sensitive Daten sind. Also, da muss man auch nochmal, es gibt Personenbezogene Daten und die selber haben auch nochmal Unterkategorien sozusagen, wie, nein, gefährlich ist nicht das richtige Wort, aber wie schützendwert sie sind. Genau, da muss man ja auch beachten. Also, zum Beispiel, man kann ja mit Daten, hoffe ich, Leute, sag ich jetzt mal, erpressen, in Anführungszeichen. Also, bei Gesundheitsdaten kann es ja zum Beispiel sein, dass man nicht möchte, dass andere die erfahren, weil die dann Druck auf einen ausüben können. Jetzt nicht ein Beispiel so für Jugendliche, aber zum Beispiel im Arbeitsleben oder sowas ist natürlich relevanter teilweise. Darum sind die besonders schützenswert. Aber generell ist es ja eben immer der Punkt auch, einer der Punkte, wieso wir Datenschutz brauchen, weil Datenschutz ja eben es ermöglicht, auf Leute Einfluss auszuüben. Jetzt auch ein bekanntes Beispiel war jetzt mit Brexit. In der US-Wahl 2016, wo ja sehr viel mit extrem personalisierten Werbung gearbeitet wurde, was dazu geführt hat, dass das Ergebnis schon nach Ansicht vieler Leute beeinflusst wurde. Also, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass das eben, dass Daten geschützt werden müssen, damit man nicht beeinflussbar ist über diese. Genau, das geht, finde ich, in eine ganz interessante Richtung. Also, im Datenschutz geht es eigentlich immer darum, dass klar sein muss, weshalb irgendetwas so ist. Das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz vom Datenschutz. Und wenn ich jetzt irgendwelche personalisierte Werbung zugesteckt bekomme, von mir aus Wahlwerbung für irgendeine Partei, dann sollte ganz klar sein, dass das personalisierte Werbung für mich ist. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und das wird leider in vielen Ländern der Welt mit Füßen getreten, dass das so sein muss. Das ist, finde ich, ganz schockierend. Das stimmt. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen gerade abgeschlossen, warum Privatsphäre und generell Datenschutz auch richtig ist. Also, da gibt es auch eine Website, die heißt whyprivacymatters.org. Ist auch auf GitHub, könnt ihr auch einen Pull-Request machen. Und, genau, da ist einfach nochmal so aufgelistet so, dass man vielleicht auch Daten besitzt, die anderen Leuten gehören, die man nicht teilen sollte. Und vielleicht auch an Institutionen, dass es Daten gibt, die sollte man nicht an, danke für mich, die man nicht an alle Institutionen weitergeben sollte. Und das muss man so trennen, damit vielleicht auch Informationen nicht herausfinden werden können, dass sie irgendwie schlecht aussehen, obwohl man eigentlich gar keine schlechte Person ist. Also, genau. Aber ich glaube, du hattest gerade noch was zu generell den Prinzipien von Datenschutz gesagt. Willst du dazu nochmal weiter sagen? Ja. Ich kann es versuchen, kurz zu fassen. Also, es gibt noch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das hatten wir ja. Es gibt den Grundsatz der Zweckbindung. Das heißt, ich darf nicht, wenn ich sage, ich sammle Daten, um irgendwie eine Volkszählung zu machen oder Beispiel hier Corona. Ich darf nicht für die, wenn ich sage, dass ich Daten zur Kontaktverfolgung sammle, darf ich die nicht plötzlich für Kriminalverfolgung nehmen. Das ist ein anderer Zweck und die müsste ich dann, das müsste ich vorher gesagt haben. Ich muss es transparent machen. Ich muss ganz genau, es geht auch in die Richtung Zweckbindung. Ich muss sagen, wofür, warum, wie lange, was genau. Ich muss einfach sagen, wie mit den Daten umgegangen wird, wer kriegt noch Zugriff darauf und so weiter. Und danach zwei ganz wichtige Punkte. Nämlich die Datensicherheit, dass die irgendwie nicht ungesichert rumliegen, dass nicht vor meiner Tür eine Kiste liegt mit all meinen Kontaktdaten und Datenrichtigkeit. Das heißt, ich habe ein, oder es sollte, ich sollte ein Recht haben, alle Daten über mich, die falsch sind, korrigieren lassen zu können. Dass Leute verpflichtet sind, falsche Daten von mir zu korrigieren. Und so weiter. Und dann, das ist jetzt speziell Europa, von der DSGVO her, habe ich ein Recht auf rechtmäßige Datenverarbeitung. Genau das ist der Grund, weshalb es die Datenschutz-Grundverordnung in der Europäischen Union gibt. Und die umfasst nämlich all diese Grundsätze des Datenschutzes. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit das Wort DSGVO um uns geschmissen. Ich will mal eine von euch sagen, was überhaupt die DSGVO ist. Also genau, Paul, willst du das einfach mal machen? Ja, gerne. Also die DSGVO ist ein, ja, es heißt nicht Gesetz, sondern Verordnung, aber ist im Prinzip ein Gesetz, das auf europäischer Ebene 2016 beschlossen wurde. Und da wird festgelegt, dass die ganzen Regeln, wie Daten verarbeitet werden dürfen, wie die weitergegeben werden dürfen, vor allem auch in Ländern außerhalb der EU, welche Rechte die, das heißt betroffene Personen sind die Leute, über die, die Daten, auf die sich die Daten beziehen. Also welche Rechte die haben, also was, es soll vereinheitlicht werden. Weil davor gab es eher so einen Flickenteppich, da hatte jedes Land seine eigenen Regelungen. Und die DSGVO hat das Ziel, dass eben die Regeln möglichst einheitlich sind, damit eben auch die Daten in der EU weiter transportiert werden können, weil die überall gleich geschützt sind. Und die wurden, wie gesagt, 2016 verabschiedet und ist dann 2018 am 25. Mai in Kraft getreten. Und man hat dann erst am 2018 so richtig davon gehört eigentlich, weil dann plötzlich in allen Zeitungen es stand. Und ja, es ist halt ein Gesetz, das das eben alles vereinheitlichen soll. Genau, und ich glaube, so eine ganz wichtige Sache ist, dass die DSGVO mehr Rechte an sozusagen die Einzelpersonen gibt. Also das sind zum Beispiel dieses bekannte, dieser bekannte Artikel 15, dass man zum Beispiel fragen kann, was Institutionen oder Firmen für Daten überein haben oder halt das Recht, dass man es berichtigen kann und sowas. Genau, also Einzelpersonen kriegen mehr Rechte und Institutionen und Firmen kriegen mehr Pflichten. Also dass es da irgendwie so einen Wechsel gibt. Und wir müssen viel mehr darauf aufpassen. Und genau, also nach dem 25. Mai 2018 zum Beispiel sind dann auch so diese ganzen Cookie-Banner oder sowas viel mehr geworden, das man immer bestätigen muss. Oder es gibt auch manche Seiten, also vor allem amerikanische Seiten, die man halt in der EU jetzt nicht mehr aufrufen kann, weil die halt gesagt haben, dass sie das nicht umsetzen, weil man das umsetzen muss, wenn man europäische Bürger bedient. Genau, vielleicht hat es noch jemand was? Ja, ich könnte noch kurz was sagen, und zwar welche Ansätze die DSGVO verfolgt, weil das ist ganz interessant, die verfolgt, so im Prinzip gibt es drei Säulen. Als erstes sagt die DSGVO, dass die Leute, die Daten verarbeiten, personenbezogene Daten, dass die selber erstmal für die Sicherheit und für den Datenschutz sorgen müssen. Da gibt es auf englisch ein schönes Schlagwort Privacy by Default und Privacy by Design, also Datenschutz als Standardeinstellung und Datenschutz aber eben auch durch die Technikgestaltung. Also ich muss halt eben, wenn ich jetzt neue Software entwickle, dafür sorgen, dass die möglichst datenschutzfreundlich ist. Da müssen dann halt meine eigenen Interessen zurückstehen. Das Zweite sind eben die eben schon erwähnten Betroffenenrechte. Die sorgen halt dafür, dass ich als Betroffener meinen Datenschutz selber in die Hand nehmen kann und dafür sorgen kann, dass eben der Datenschutz durchgesetzt wird. Und ich sehe jetzt hier schon eine Frage, dass Leute gefragt haben, wie man das als Entwickler einfacher macht, Datenschutzgesetze einzuhalten. Ich glaube, dazu wollen wir nachher noch was sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man halt auch eben als Benutzer auf einer Webseite oder als Benutzerin dafür sorgen kann, indem man halt eben seine Datenschutzrechte, also Auskunft und Löschung, Berichtigung und sowas nutzen kann. Und das Dritte ist, dass eben es auch Haftung und Geldbußen und sowas gibt. Das sind immer diese gefürchteten Millionenbußgelder, die die Aufsichtsbehörden verhängen können, was eben dazu sorgt, dass die DSGVO notfalls auch, ich sag mal, Datenschutz mit der Brechstange durchgesetzt werden kann. Ah, sorry. Genau, kleine Anmerkung, wir reden jetzt ja immer die ganze Zeit über Digitales und Datenschutz ist im Digitalen ja auch total wichtig und total weit verbreitet. Aber Datenschutz ist genauso, die DSGVO vor allem, die gilt genauso in der analogen Welt. Das heißt, die gilt genauso, wenn ich irgendwo ein Formular vor Ort ausfalle. Und das ist immer auch total wichtig zu beachten, dass es eben Datenschutz auch so eine total wichtige Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt ist. Genau, Luab hat das gerade ganz gut formuliert, die ist technikneutral. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich da jetzt was Digitales, was Analoges, ob ich da eine Diskette oder WLAN verwende. Datenschutz gilt immer, weil es einfach eine Grundverordnung ist, die überall gilt und was total wichtige Grundsätze vermittelt. Das stimmt, das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, wo wir vielleicht auch schon, also wir dachten, wir reden so ein bisschen über zwei große Themen. Das eine ist irgendwie so, also wir dachten ja, es ist Jugendliche vor allem und dann so, was beschäftigt uns, irgendwie Schule und Programmieren. Und deshalb wollten wir einfach so auf den schulischen Aspekt eingehen. Genau, und wie Datenschutz in der Schule unserer Meinung nach umgesetzt wird und das ist so den ganzen Aspekt. Und dann einmal, wo ich als programmierende Person sitze bei Jugendhackt und möchte irgendwas machen, worauf muss ich achten? Was habe ich da für eine Verantwortung? Genau. Ich glaube, Liv, du hattest doch jetzt auch ein paar Sachen mit Schule. Willst du da mal anfangen? Kann ich gerne machen. Genau, weil ich wollte manchmal eine Schule, weil ich dachte, dass eine Schule ja noch vieles analog passiert. Und zum Beispiel, glaube ich, könnte man auch Auskunft über seine ganzen Arbeiten, die müssen ja auch aufgehoben werden. Ich weiß gar nicht, wir sagen relativ lange. Und auf jeden Fall, ich glaube, dass man die theoretisch könnte man sich auch sozusagen erfragen. Das ist halt viel zu großer Aufwand, deshalb können die einfach Nein sagen. Beziehungsweise, genau. Aber da ist dann ja auch noch eine Sache, wo es dann halt analog ist und wo man auch sich fragen kann, ob das alles so datenschutzkonform ist, wenn es dann irgendwo in einem Keller liegt. Aber genau, dann fange ich mal an. Ich habe eine, ich hatte noch eine kleine kreative Attacke vor einer Stunde und habe was versucht zu zeichnen. Genau, das können wir jetzt auch mal anbinden. Das ist nicht besonders hübsch geworden. Aber hier, was ihr sehen könnt, ist so ein tolles Kuchendiagramm, was zeigt, wie viele der DSGVO-Anfragen, die ich an verschiedene Schulen und Bildungseinrichten gestellt habe, erfolgreich war. Ich hatte leider jetzt irgendwie keinen Geodreieck oder so. Zelt grün soll ein Fünffel sein. Ich habe fünf gestellt. Eine davon hat wirklich funktioniert. Das soll das Grüne darstellen. Das Rote soll das darstellen, das nicht so gut funktioniert hat. Genau, wie ich das gemacht habe. Es gibt ein seites Datenanfragen. Da kann man sich so einen tollen Text copy-pasten und kann dann da hinschicken, kann das ein bisschen personalisieren, was man möchte. Und genau, das habe ich einfach mal gemacht. Das habe ich an eine Uni und an drei Schulen, zu denen ich gehe, gemacht. Genau, und ich habe sozusagen meine richtige Schule, besuche dann noch Kurse an zwei anderen Schulen. Die werden natürlich auch irgendwie Daten über mich speichern. Und dann habe ich es noch an das Kultusministerium in meinem Bundesland geschickt. Genau, und wir fangen jetzt erst mit dem positiven Beispiel an. Genau, es ist wunderhübsch geworden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu wütend, dass es jetzt nicht so hübsch geworden ist. Aber genau, also es ist jetzt sehr vereinfacht, der Prozess. Genau, an der Uni, was man ja macht, ist sozusagen, man schreibt eine E-Mail, schreibt da rein, so ein bisschen kondensiert, hallo, welche Daten haben Sie über mich? Und dann ist das Richtige, was Sie machen sollen, ist, dass Sie nachgucken, ob das auch wirklich ich bin, der es gestellt hat. Sonst könnte ja einfach jede Person sagen, hallo, ich bin Liv, ich hätte mal gerne Livs Daten. Das wäre ja irgendwie suboptimal. Also bei der Uni hat das perfekt geklappt. Ich habe meinen Personalausweis geschwärzt, dahin geschickt. Die haben mir meine Daten zurückgeschickt, genauso wie es sollte. Also 10 auf 10, das funktionierte gut. Das war leider aber auch das einzige Erfolgserlebnis. Genau, wenn wir uns erstmal weitergehen. Genau, die Schule 1. Schule 1 hat auch, würde ich sagen, von den Schulen am besten abgeschnitten noch. Ich habe auch hingeschrieben, hallo, welche Daten haben Sie über mich? Das ist übrigens nicht meine Hauptschule, nicht Hauptschule, aber nicht meine sozusagen erste Schule. Genau, die wollten dann einen Personalausweis. Da haben gesagt, ich soll mal in der Pause mit meinem Perso vorbeikommen. Das ist okay, das verstehe ich. Genau, und was sie mir dann gegeben haben, waren so ein Zettel, auf dem so stand, was für Arten von Daten sie von mir haben, aber nicht, welche Daten sie wirklich haben. Also sie haben geschrieben, wir haben dein Vorname, deine Adresse und deine Noten. Aber ich meine, der Sinn von DSGVO ist ja auch, dass ich weiß, was genau sie haben, damit ich es korrigieren kann. So habe ich ja keine Ahnung, was die da wirklich gespeichert haben und kann es ja nicht korrigieren. Aber ich dachte, das ist noch, es ist ein bisschen am Ziel vorbei, aber es ist okay. Deshalb so vielleicht 8 von 10. Aber, oh, schön, es gibt Luft für die Zeichnung. Dankeschön. Dann gab es Schule 2. Schule 2 ist auch nicht meine richtige Schule. Und Schule 2 habe ich auch genau die gleiche E-Mail geschickt, wollte wissen, was sie für ihre Daten über mich haben, zurückkam, bekenn dich nicht. Und selbst wenn, du weißt ja wohl selber, welche Daten du dir angeben hast, du musstest ja wahrscheinlich ein Formular ausfüllen. Daraufhin habe ich dann geantwortet, dass ich dort den und den Kurs besuche, bei dem und dem Lehrer. Und dann kam zurück, ja, gut, aber du weißt ja selber, wo du wohnst. Auch nicht ganz der Sinn von DSGVO. Ja, ich würde sagen, das ist, fand ich, so ein bisschen merkwürdig, weil alle Schulen, die ich geschrieben habe, haben eine beauftragte Person für Datenschutz. Ich dachte, die würden sich vielleicht damit ein bisschen besser auskennen. Also genau, danach war ich irgendwie sehr verwirrt. Aber genau, es gab ja noch Schule 3. Kann ich dazu eine Frage stellen? Kann ich dazu eine Frage stellen? Und zwar, hast du dann irgendwas nachgemacht, als du so eine Antwort bekommen hast? Oder hast du gesagt, ich lasse es jetzt, ich spare mir die Mühe? Soll ich es? Ich beantworte es mal gleich, nachdem ich noch Schule 3 vorgestellt habe. Und das danach. Weil da habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht. Genau, das ist dann meine richtige Schule. Da wollte ich dann einfach mal so fragen, was sie für Daten über mich haben. Und mein Lehrer, also mein Informatiklehrer, ist dort Datenschutzbeauftragter. Und der hat gesagt, dass er leider im Moment keine Zeit hat. Genau, warum ich nicht weitergemacht habe, erzähle ich euch auch gleich. Aber das war so leider so das Traurigste. Also da ist gar nichts rausgekommen. Genau, und dann gibt es noch meinen fünfter Versuch. Das ist dann beim Kultusministerium, weil ich da persönlich mal aktiv war. Und genau, habe genau die gleiche E-Mail geschickt. Und habe dann einfach meinen Daten zu uns bekommen. Ohne Identifikation. Was ich persönlich ein bisschen merkwürdig fand. Also das PDF war passwortgeschützt mit dem Datum, an dem ich es bekommen habe. Aber ich meine, es hätte ja jeder schreiben können, Hallo, ich bin Liv. Ich hätte gerne meine Daten. Und hätte dann meine komplette Anschrift, mein Geschlecht, meine Handynummer, meinen vollständigen Namen. und eigentlich auch die Herkunft der Daten bekommen. Also da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, als ich die Antwort bekomme. Und genau, ich wollte jetzt nicht so gerne sagen, welches Bundesland das ist, weil es da eine Person gibt, die dafür zuständig ist. Und ich glaube, da komme ich auch schon so, warum ich da nicht mehr gemacht habe. An der Schule finde ich es einfach schwierig, weil ich sozusagen, meine Note hängt ja von den Lehrern ab. Und würde ich da so sehr, meine ich könnte dagegen ja irgendwie vorgehen. Das ist ja nichts recht, das ist nicht rechtmäßig, was die gemacht haben. Aber die Frage ist, dass ich dort irgendwie Abitur machen möchte. Und schon mir das jetzt nicht so kaputt machen möchte. Genau. Und beim Kultusministerium habe ich auch darüber nachgedacht. Aber ich finde es schwierig, weil es eine Person ist. und ich nicht weiß, wie genau, also ich möchte nicht, dass die Person jetzt mit ihrem Job verliert oder so was. Das ist ja irgendwie ein blöder Fehler. Aber ich finde, es ist eigentlich schon nicht unwichtig. Genau. Und deshalb habe ich halt nicht weitergemacht. Falls aber jemand Ideen hat, wie man das sozusagen weitermachen könnte oder irgendwie so. Genau. Ich bin jetzt auch nicht so auf Konfrontation aus. Es war für mich wirklich eher so ein kleines Projekt, dass ich mal gucke, so wie funktioniert das überhaupt. und ich will auch keine Schule da jetzt irgendwie schlecht darstellen oder so was. Und das war für mich eher wirklich so ein privates Projekt, so ein kleines. Aber genau, also ich finde, es zeigt einfach, dass es vielleicht ein strukturelles Problem ist, dass die Schulen das auch einfach allein nicht hinkriegen. Und dass es nicht die Schuld von den LehrerInnen ist, aber dass da einfach, glaube ich, vom Land sehr viel mehr getan werden muss, dass irgendwie die Schulen da Unterstützung kriegen, weil es ja anscheinend nicht funktioniert und auch vom Land selber nicht. Aber genau, das ist so ein bisschen das, was ich gemacht habe. Ja, ein total cooles Projekt, finde ich. Und ich finde, es gibt uns auch schon ziemlich viel Erkenntnis darüber, wie Datenschutz im Alltag tatsächlich funktioniert. Und in Schulen, ich meine, da sind wir alle von betroffen, alle jüngeren Leute, wahrscheinlich das meiste Publikum, dieses Talks hier, und was noch weiter so schiefläuft, gerade in Bezug auf Bilder und auf Videoüberwachung, was ja total sensible Daten sind, ich meine, damit kann Mensch ja total einfach Leute identifizieren, da hat Paul auch ein total interessantes Projekt mit Bahn, mit der Bahn gemacht, was da so schiefläuft. Vielleicht kannst du das einmal vorstellen, Paul? Ja, gerne. Und zwar ein leidiges Thema, das auch jedes Jahr auf diesem Kongress Gegenstand ist von entweder Vortring oder Schild, okay, dieses Jahr mit den Schildern ist es nicht so super, aber so Zetteln an der Wand. Das Problem ist immer, es wird viel mehr Video überwacht, alles Mögliche soll Video überwacht werden und die Frage ist dann auch immer, ob es immer notwendig ist. Ich meine, an Bahnhöfen wird Video überwacht und ich sehe dann immer so einen Zettel, kennen Sie diese Person und das Bild ist in total niedriger Pixelqualität, weiß ich nicht, was es dann bringt, ob das was bringt, aber es wird immer ziemlich bezweifelt. Aber jedenfalls das Problem mit viel Videoüberwachung ist, dass die die ganzen Daten bekommen und wir aber eigentlich die nur angeschränkt überprüfen können, weil man kann in der DSGVO immer Datenverarbeitung damit begründen, man hat ein berechtigtes Interesse daran. Das heißt, es liegt dann irgendwas daran und es ist auch schon irgendwie ein bisschen wichtiger als das Interesse, dass die Daten nicht verarbeitet werden und damit kann man sich mal ganz gut bei dem Thema Überwachung das begründen und das kann man dann halt nicht so gut überprüfen und da hatte ich dann neulich, als ich mit der S-Bahn gefahren bin in Berlin, da stand plötzlich in einem der Züge so ein Zettel, ja, das wird Videoüberwacht und dann habe ich mir die Zugnummer aufgeschrieben und so ein paar seltsame Gesten gemacht, so gezeigt, so da hier auf das Zettel mal überwinkt und gewunken und habe denen dann irgendwie zwei Stunden später eine E-Mail geschrieben, ja, schickt mir doch mal bitte meine Daten, ihr könnt mich daran identifizieren, dass ich das und das gemacht habe, ich habe so eine Maske getragen, also eigentlich alles um mich zu identifizieren, weil es auch eher unwahrscheinlich ist, dass eine andere Person genau die gleichen Sachen macht und dann ist es so, da stand auch noch dabei, dass es innerhalb von 48 Stunden gelöscht wird automatisch und da habe ich gesagt, ja, man kann so verlangen, dass das eben, das heißt, Verarbeitung einschränken, also man kann sagen, ja, verschließt es mal, sorgt dafür, dass es nicht gelöscht wird und die so, nö, es sind überhaupt keine personenbezogenen Daten und außerdem geht es nicht, Sicherheitsinteressen, bla bla, andere Interessen und dann, das ging tatsächlich sehr schnell, muss ich sagen, also es fand ich gut, dass ihr, dass die da innerhalb von irgendwie ein paar Stunden geantwortet hatten, das Problem war dann nur, ich habe dann zurückgemeldet und gesagt, naja, das sind immer schon personenbezogene Daten, weil man kann mich damit identifizieren, wenn man zum Beispiel weiß, dass ich so eine Maske trage und so, so, so und dann, außerdem müsste ich mir das dann rausgeben und Sicherheitsinteresse stimmt auch nicht so ganz, weil erstens, wir wissen ja alle oder ziemlich viele, wir wissen ja eigentlich, dass Security by Obscurity nicht so richtig was bringt und zum anderen ist es auch so, dass ganz kurz dazu, vielleicht kannst du anderen einmal nochmal erklären, was Security by Obscurity ist, das wissen vielleicht nicht alle unsere ZuhörerInnen. Genau, gerne, also Security by Obscurity heißt im Prinzip, wenn ich was verschlüssele oder geheim halten will, dann soll ich nicht geheim halten, wie das funktioniert, also das Verschlüsselungsverfahren, sondern nur den Schlüssel. Also im Prinzip könnte man sich bei einer Haustür vorstellen, ich soll mein Haus nicht dadurch verstecken, dass ich mein Haus geheim halte, sondern dass ich einen Schlüssel habe, den jemand anderes hat. und das funktioniert halt eben, es ist halt so ein relativ grundlegender Grundsatz von Sicherheitstechnologie und außerdem ist es so, dass in vielen Supermärkten ja immer man teilweise noch sieht einen Livestream der Videoüberwachung, das heißt, es kann auch nicht so das Problem sein und darum habe ich es jetzt geschrieben und das ist jetzt aber, da haben die dann irgendwie ein paar Wochen später darauf geantwortet und habe ich inzwischen mich bei der Landesbeauftragten für Datenschutz beschwert, das kann man nämlich machen, wenn man der Meinung ist, die Daten werden unrechtmäßig verarbeitet oder so ein Betroffenenrecht wird verletzt, dann kann man sich beschweren und dann ermitteln die und es kann dann auch Geldbußen geben und wenn man will, kann man danach auch klagen oder sowas, aber ja, aber das ist jetzt erstmal noch nichts weiter. Aber dann nochmal erstmal zurück zum Thema Schule, jetzt gerade ist es ja so, dass man viel online lernen und sowas hat über verschiedene Technologien ja, der ganze Rest ist ja online und die viele Schulen verwenden ja Software, die nicht ganz so datenschutzkonform ist oder die Probleme bereitet und nicht Open Source ist und Tway, du hattest ja dich mit Zoom beschäftigt, willst du dazu was erzählen? Ja, genau, also Zoom ist ja total populär geworden seit Anfang des ersten Lockdowns, gerade in Schulen und Unternehmen wird es total viel zu Videokonferenzen verwendet, genauso wie andere Software, die mindestens genauso fragwürdig ist und wir hatten mal in der Jugendhack-Community online darüber diskutiert, wie der Datenschutz bei Zoom ist und daraus habe ich dann mal einfach den Entschluss gefasst, ich frage da mal an, ich bin von der Schule aus verpflichtet, Zoom zu verwenden, ich frage mal an, was die über mich haben. Die Reaktion war gar nichts, sie haben erstmal nichts gemacht, ich habe die mehrfach daran erinnert, ich glaube, zwei Tage vor dem Ablauf der 30-Tagesfrist auf die Antwort nach Artikel 15 haben sie mir geantwortet und eine Kopie der Datenschutzerklärung geschickt. Das ist natürlich überhaupt keine valide Anfrage, ich habe nämlich nach sehr speziellen Punkten gefragt, ich habe gefragt, ob Daten von mir dauerhaft gespeichert werden, wenn ich an einem Meeting teilnehme auf Zoom, ob die End-zu-End-Verschlüsselung, also ich wusste, dass sie nicht existent ist, obwohl es genannt wird, ob die existiert, darauf sind sie nicht eingegangen und ich hatte gefragt, ob die Daten, die sie speichern von mir eventuell, wie Logging-Daten vom Clarifying Lawful Oversea Act, vom sogenannten US Cloud Act betroffen sind. Auf keinen der Fragen haben sie geantwortet, halte ich auch nicht erwartet, ich habe ihnen dann noch geschrieben, dass sie bitte die letzten zwei Tage, die sie noch Zeit haben, das bitte beantworten sollen, haben sie nicht gemacht, danach habe ich das an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten gegeben, der hat das nach, ich glaube, dreimal nachhaken, hat er das angefangen zu bearbeiten und ich habe irgendwann eine Antwort bekommen von Zoom und die war, sie können nichts dazu sagen, weil sie von mir keine Daten haben, ich könne nur eine Anfrage stellen, wenn ich ein Zoom-Account hätte. Das ist erstmal per se falsch, weil Daten auch ohne Account von mir verarbeitet werden. Das ist natürlich ein Skandal, da habe ich zurück an Landesdatenschutzbeauftragten geschrieben, der meinte, ja, sie geben das gerne mal weiter und werden sich persönlich da nochmal erkundigen. Eine Woche später habe ich eine Antwort von denen nochmal bekommen, also vom Landesdatenschutzbeauftragten, ja, also sie können das jetzt erstmal nicht weiter bearbeiten, sie wissen einfach nicht, wer in der Europäischen Union für die Beantwortung der Anfrage zuständig ist. Sie wussten nicht, ob sie das jetzt, also sie sind auf jeden Fall nicht zuständig, konnten sie mir sagen, aber sie waren sich jetzt nicht sicher, es ging darum, ob die französische oder die niederländische Niederlassung zuständig für meine Anfrage ist und sie konnten sich einfach nicht entscheiden, ob die niederländische oder die französische Niederlassung von Zoom und dementsprechend die französischen oder niederländischen Behörden für meine Anfrage zuständig sind und haben dementsprechend erstmal nichts gemacht. Währenddessen habe ich mich noch weiter beschwert bei Zoom und dann haben sie mir irgendwann auf meine erste Frage, ob das nämlich alles verschlüsselt ist, da steht ja End-zu-End-Verschlüsselung oben drin, das habe ich im März, habe ich das in der Anfrage formuliert, da haben sie mir gesagt, ja, seit August werde End-zu-End-Verschlüsselung verwendet und dementsprechend ja, alle meine Daten seien verschlüsselt worden. Das klingt ja ganz toll, nur leider haben sie mir im August geschrieben, dass seit August Verschlüsselung ist und meine Frage aus dem März, ob das verschlüsselt ist, haben sie mit Ja beantwortet, obwohl sie da gerade gesagt haben, nee, meine Daten von damals wurden gar nicht verschlüsselt und das ist ein Skandal, dass mir so geantwortet wird. Ja, das ist jetzt beim Bundesdatenschutzbeauftragten gelandet, da war die Antwort, sie sind nicht zuständig und jetzt warte ich, bis ich mal Zeit habe und ich habe vor, das auf jeden Fall vor Gericht zu bringen, weil ich finde, so ein Verhalten, das sind in mehreren Punkten klare Verstöße gegen Artikel 32 bis 34, gegen Artikel 15, ja, und das ist ein absolutes No-Go. Genau, du hast es ja gerade auch schon nochmal angesprochen, also ich meine, das ist ja schon ziemlich erschreckend, dass du das in der Schule irgendwie benutzen musst, jetzt nicht mehr, und es aber diese Lücken auch hat was gebracht. Bin ich sehr glücklich, ich habe von Anfang an, waren wir uns picken die Button, zumindest besser, genau, und nochmal mit Schule, da hat auch eine Person auf Twitter geschrieben, dass eine Sicherheitslücke irgendwo in einem System der Schule gefunden hat, womit man den Namen aller Schüler nachschauen konnte, die sitzen geblieben sind und dass dann die Person zu dem Softwarehersteller gegangen ist und das bekannt war und das war ein Sonderwunsch des Schulträgers war und dass dann Datenschutzbeauftragte der Schule meinten, das ist legal und richtig so. Ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie viel Arbeit noch in Schulen gemacht werden muss und total gut, aber dass du dich dafür dann so einsetzt. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, also da gibt es ja dann auch viele SchülerInnen, die sozusagen einfach nur mitmachen müssen und halt nicht das richtige Know-how haben, sich vielleicht wirklich auch sozusagen dagegen zu wehren, wie du es jetzt gemacht hast. Also ich finde, das ist sehr gut, dass du das gemacht hast. Genau, ich finde, das zeigt, das ist natürlich total schlimm, dass es diese ganze Problematik gerade in Schulen gibt, wo total sensitive Daten wie Leistungsdaten von SchülerInnen verarbeitet werden. Das ist ein Problem, dass es diese Problematik da gibt natürlich, aber ich finde, das ist, ja genau, Paul sagt gerade Kinder Daten, das ist ja nicht von irgendwem, sondern von Kindern, die ja eigentlich schützenswert sind, aber es ist gar nicht das zugrunde liegende Problem, ich persönlich sehe das zugrunde liegende Problem viel tiefer und zwar darin, dass die Informatik in Schulen völlig veraltet ist. Die LehrerInnen sind häufig gar nicht qualifiziert und der Datenschutz wird häufig an irgendwelche LehrerInnen abgetragen, die keine Ahnung davon haben und das in Kombination mit sowieso schon schlecht qualifizierten Informatiklehrkräften vielerorts in Deutschland generell im geringen Stellenwert von der Informatik in Schulen, das ist ein Riesenproblem und vielleicht, da habe ich, ich habe auch die Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwie verändern wird und dass dann das eben der Datenschutz dem mit einhergehen wird. Ja, jetzt zu dem konkreten Fall, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aus Datenschutzgründen vorlesen darf, nein, also da ging es darum, dass Lücken die Namen der Sitzenden gewinnenden Schüler verraten haben und dann wurde andere noch bedroht, das geht natürlich gar nicht, das kann tatsächlich sogar teuer werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Fall für die Person, die es gefragt hat, schon abgeschlossen ist, aber mein Tipp wäre sich bei die oder der, also der oder dem Landesbeauftragten zu beschweren, die müssen einem eigentlich auch innerhalb von drei Monaten antworten, sonst kann man sich da auch nochmal, kann man dagegen auch nochmal vorgehen, weil sowas kann teuer werden, weil hier in der DSGVO drin, personenbezogene Daten müssen geschützt werden und wenn die unbeabsichtigt weitergegeben werden, dann müssen auch die betroffenen Personen informiert werden, also das ist, das sollte man, da kann man sich dann gut beschweren und genau, hier wurde auch hingewiesen, jemand, man kann auch den CCC oder Jugendhekt konsultieren, ich denke, die können da auch vermitteln, was man da machen soll, aber Beschwerde bei der Landesbeauftragten hilft sich ja und wenn die anderen blöd kommen mit, wir schmeißen nicht aus oder sowas, dann kriegen die nur noch mehr Ärger, also es geht einfach nicht. Genau, eins noch noch, ich habe ja schon gesagt, ich war so ein bisschen so Landschulbehörde aktiv und dort saß ich auch in so einem Ausschuss und was da dann war, ist das auch, also das war, das muss 2018 gewesen sein, so kurz nachdem, die dann wirklich so in Kraft getreten ist und da wurde dann drüber diskutiert, was denn personenbezogene Daten in der Schule sind und was davon besonders schützenswert ist und das fand ich so überraschend, dass das, wir saßen da alle in einem Raum, da waren noch Vertreter von religiösen Gemeinden und so, also generell, das war so ein, so ein, einfach so ein großes Treffen, wo aber auch der Kultusminister anwesend war und das fand ich einfach sehr, sehr erschreckend, dass das irgendwie da diskutiert wurde und dass das noch gar nicht so sicher war, also zum Beispiel Religionszugehörigkeit wird ja auch in der Schule gespeichert, damit man den passenden Religionsunterricht angeboten bekommen kann und das sowas ist ja auch irgendwie personenbezogene Daten und auch sensitive Daten. Meine Religionszugehörigkeit kann mich ja für bestimmte Sachen vielleicht angreifbar machen und das fand ich total erschreckend irgendwie, dass das so offen gelassen wurde. Genau und ich glaube, was wir ja gerade schon jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, war dieses Konfrontationssachen, also wie geht man damit um, wenn was falsch läuft. Habt ihr beiden da vielleicht Ideen? Weil ich bin ja selber in der Position, wo ich sage, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Mit dem Zopf, du bist ja sehr, sehr offensiv da, aber ja, ich finde es schwierig, vor allem, wenn man jünglich ist und vielleicht unter 18 und nicht richtig weiß, wie man sich wehren kann. Genau, also bei Schulen habe ich da eine ganz schlechte Erfahrung. Ich hatte auch schon in anderen Punkten mit verschiedenen Schulen und verschiedenen Behörden um die Bildung herum Auseinandersetzung mit Datenschutz. Da ist Konfrontation natürlich extrem schwierig, weil das am Ende die Leute sind, die dir deine Zeugnisnote geben. Und natürlich werden die nicht sagen, du hast eine Anfrage über Datenschutz gestellt, du hast dich beschwert, wir geben dir eine schlechtere Note, aber das ist natürlich so eine unterschwellige schlechte Stimmung entsteht. Das heißt, ich würde eher empfehlen, immer freundlich zu reagieren und zu sagen, ey, ihr Lieben, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig, könnt ihr das nicht so und so machen? Das wäre irgendwie besser, damit seid ihr auf der sicheren Seite, also irgendwie eher so Hilfe anbieten und zu sagen, so könnte man es verbessern, als zu sagen, ey, das ist alles total falsch. Und wenn ihr es mit einer doofen Firma zu tun habt, würde ich da tatsächlich vorstarken auf Konfrontation gehen. Die meisten Firmen spielen auf Zeit, aber wenn ihr den zeigt, ihr seid hartnäckig, dann tun sie meistens am Ende, was ihr wollt. Aber es kann natürlich Monate oder bei meiner Sache zum Beispiel jetzt schon fast ein Jahr dauern und man kommt nicht unbedingt immer weiter. Vielleicht können wir damit zur nächsten Frage weitergehen. Irgendwer hatte doch im Chat reingeworfen, ja, einfach die Fälle an allen Abmahnanwalt eben. Was haltet ihr davon? Findet ihr das richtig? Findet ihr das falsch? Findet ihr das sollte man machen? Hm, vielleicht, Paul, hast du da so eine Meinung? Ja, Abmahnanwälte, das war mal so ein bisschen so eine Furcht, die alle hatten, als die DSGVO in Kraft tritt. Jetzt gibt es gleich tausende Abmahnanwälte. Und das Problem ist auch immer, man kann gar nicht immer abmahnen. Da muss man nämlich irgendwie, es gibt entweder Verbraucherschutzorganisationen, so Verbraucherzentral und sowas. Da lohnt es sich tatsächlich, weil die ja auch auf systematische Probleme besser hinweisen. Und das andere ist so klassische Abmahnanwälte, die nach Fehlern suchen. Das ist, finde ich, tatsächlich problematisch, weil ich die generell ein bisschen zwielichtig halte. Wofür mir jetzt die Abmahnung hat? Nein, ins Haus klettern, nein. Aber generell muss man natürlich schon gucken. Also ich, es ist wahrscheinlich immer sinnvoll, sich bei der oder dem Landesbeauftragten zu beschweren, beziehungsweise wenn er zuständig ist beim Bundesbeauftragten, die sind dort sehr kompetent, haben auch eben die entsprechenden Mittel, um das durchzusetzen, Notfallzeit mit Bußgeldern. Da ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Es dauert dann halt ein bisschen, man hat nicht wirklich den Einfluss, aber die können auch dafür sorgen, dass man eben das notfalls durchgesetzt wird. Also da muss man eben nicht darauf vertrauen, dass die am Ende nachgeben. Und ansonsten, wenn man überlegt, wenn man sich das lohnt, kann man sich auch natürlich selber einen Anwalt holen und klagen, was dann natürlich noch aufwendiger ist, wobei man da zum Beispiel aber auch relativ gut Schadensersatz holen kann. Da gibt es auch inzwischen einige gute Entscheidungen dafür, auch wenn es noch nicht ganz klar ist, mit Schadensersatz. Ja, Liv, wolltest du, glaube ich, noch was dazu sagen? Genau, ich finde, es ist irgendwie so ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite möchte man ja irgendwie, dass sich das ändert und dass es irgendwie für alle gut läuft und vor allem, dass es nicht nur für die ganzen technikaffinen Leute irgendwie einfach ist. Aber gleichzeitig finde ich es irgendwie schwierig, so eine Person, also wenn ich hier so zum Beispiel mit dem Einfall weiß ich, es ist eine Person, die diesen Fehler gemacht hat, so, und dann möchte ich auch nicht dafür verantwortlich sein, dass die Person dann irgendwie davon irgendwie so was Blödes mitträgt. Also deshalb finde ich das irgendwie ganz schwierig und ich glaube, was ich eher machen würde, ist, dass ich vielleicht der Person selber schreiben würde. Genau, also, aber ich finde das, ich finde das ganz schwierig, weil ich finde, auf der einen Seite steht so dieses, es soll besser werden und die, es ist ein Gesetz und die haben, haben da irgendwie eine Verpflichtung zu und auf der einen Seite ist so dieses, sind ja auch nur Menschen. Aber wer auch eine Verpflichtung hat, sind ja Programmierende, vor allem auch bei Jugendhackt und ich glaube, damit kennt sich du mit dem Zopf gut aus. Genau, da war ja so, kam auch im Chat die Frage, wie können wir selbst damit umgehen, wenn wir irgendwie als HackerInnen, als Nerds irgendwie unsere kleinen Sachen entwickeln und da ist, finde ich, immer der erste Satz, erstmal überlegen, was für Daten brauche ich überhaupt? Wenn ich irgendwie eine kleine App baue, wo ich mich anmelden kann, brauche ich eine E-Mail-Adresse oder reicht das, wenn ich mir einfach nur einen BenutzerInnen Namen gebe und ein Passwort? Dann habe ich gar keine personenbezogenen Daten außer dem Passwort und dann ist es sehr viel einfacher, das zu schützen und so weiter. Das heißt, was ich damit sagen will, Privacy by Default und Privacy by Design. Also, erstmal die Anwendung so entwickeln, dass sie so wenig Daten wie möglich überhaupt braucht und auch gar nicht die Möglichkeit bietet, unnötige Daten anzunehmen. Zum Beispiel Geschlecht, Alter, Nationalität, das sind Daten, die kann man eigentlich immer weglassen. Vielleicht bevorzugte Sprache, das kann sinnvoll sein. Aber selbst das braucht man häufig gar nicht. Viel wichtiger ist dann auch die Dinge, die zu verarbeiten oder mindestens genauso wichtig ist es, die Dinge, die auf jeden Fall verarbeitet werden, müssen zu minimieren. Also zum Beispiel einfach mal nicht standardmäßig die IP-Adressen auf den Web-Servern speichern von den Leuten, die es besuchen. Automatisch Posts zum Beispiel in einer Chat-App nach zwei Wochen löschen oder generell alle Logging-Daten löschen, personenbezogene Daten verschlüsseln, also in der Datenbank, wo Daten gespeichert werden, irgendwie alles mit dem Passwort verschlüsseln, was nicht für andere zugänglich sein muss. Somit habt ihr ganz eine minimale Angriffsläche und gewährleistet eben auch diese geforderte Datensicherheit. Das heißt einfach, würde ich sagen, immer minimieren, was wir machen müssen. Genau, da würde ich mich auch sagen, das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass man eben sagt, dass man, also Datenschutz ist grundsätzlich erstmal Datensicherheit, also dass man Daten, die man hat, sicher verarbeitet, das heißt eben verschlüsselt, sichere Transportkanäle nutzt, also vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab jetzt ja vor ein paar Wochen so ein Boost-Geld, irgendwie 900.000 Euro gegen eins und eins, das lag nicht daran, dass die irgendwelche seltsamen Sachen gemacht haben, irgendwelche kryptischen Vorschriften, gegen die die verstoßen haben, sondern die haben einfach nur dafür sorgt, dass andere Leute, die dazu nicht befugt sind, auf die Daten zugreifen können. Und das heißt, das sind eben solche grundlegenden Sachen, dass man erstmal dafür sorgt, dass die Daten gesichert sind. Und das Zweite ist dann eben, dass man vermeidet, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das heißt auch nicht, dass man nie welche verarbeiten darf, sondern immer nur, ist es notwendig? Und wenn ja, dann kann man sie verarbeiten und sind die Daten überhaupt geeignet? Also jetzt zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass das mit dem Username ein guter Ansatz ist, aber wenn man ohne Verifizierung ein Account erstellen kann, ist es auch nachteilhaft. Genau, es ist halt eben so, es ist immer eine Abwägungssache. Kann man jetzt, man kann nicht pauschal sagen, die Daten sind gut, die sind schlecht, sondern man muss halt immer sagen, brauche ich diese Daten? Weil zum Beispiel für jetzt eine Webseite, die nur privat oder sowas ist, wo jetzt nichts ist, braucht man vielleicht keine Verifizierung. Andererseits gibt es Webseiten, wofür man eine Verifizierung braucht. Das heißt, es hängt immer komplett davon ab, was man jetzt gerade haben will. Und ja, das sind im Wesentlichen die wichtigen Sachen, dass man es minimiert. und dann gibt es noch so ein paar seltsame Sachen, man muss so eine Datenschutzerklärung schreiben, was auch nicht so schwer ist. Es klingt immer so, als ob das total viel Aufwand ist, aber man muss im Prinzip nur schreiben, welche Daten man verarbeitet, wofür und welche Rechtsgrundlage es hat. Da gibt es eigentlich im Wesentlichen nur, ist für die Verarbeitung notwendig, ich habe ein berechtigtes Interesse oder die Person hat explizit eingewilligt, wo Beeinwilligung auch wieder schwierig ist. Das ist schwierig, sich nochmal kurz lesen, vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr wollt, aber jetzt wollte, glaube ich, noch jemand nochmal was sagen, einer von euch. Du bist gerade gemütet. Ja, genau, ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen, und zwar Datenschutzerklärung, ganz wichtiger Punkt, und da finde ich, kann man das Prinzip Privacy by Design ganz gut durchsetzen, und zwar nicht Privacy by Design, das englische Wort Design, sondern da können wir das deutsche Wort Design nehmen, also vom Aussehen her. Da möchte ich mal die Software von Google namens Kaggle anführen. Google ist ja eigentlich datenschutzmäßig echt eine Katastrophe in vielen Punkten, aber Kaggle, das ist ein Framework für Online Deep Learning, und da fand ich es ganz schön, wenn du dich da registrierst, da hast du die Datenschutzerklärung, alle Punkte, nicht rechtskräftig irgendwie in juristischer Sprache beantwortet, sondern mit ganz einfachen, ganz klaren Einsatzfragen, Antworten, ist da einmal die Datenschutzerklärung bei der Anmeldung aufgeschlüsselt. Das sind irgendwie nur, ich sag mal, zehn Zeilen, wo alle Punkte, die in der Datenschutzerklärung drinstehen, ganz klar aufgelistet sind. Und dann gibt es natürlich nochmal die große Datenschutzerklärung, wo das ganze in juristischem Englisch aufgesprach, aufgeschlüsselt ist. Aber eben einfach nochmal bei der Anmeldung ganz klar die wichtigsten Punkte nennen und nicht nur sagen, ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und so weiter, sondern das übersichtlich gestalten. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz und ich glaube, wir würden mehr EntwicklerInnen diesen Ansatz verwenden. Das finde ich einen sehr guten Punkt, was wir alle berücksichtigen können. Und Liv wollte noch was sagen. Genau. Ich glaube, eine Sache, die jetzt auch immer so klar geworden ist, als wir jetzt darüber geredet haben, ist, dass es einfach wichtig ist, so dieses Mindset zu haben. Und das, ich glaube, hat auch vorhin eine Person gefragt, wie macht man das den entwickelnden Personen einfacher, sich daran zu halten. Und ich glaube, das ist wirklich dieses Mindset, dass man schon von Anfang an so denkt, okay, eigentlich möchte ich gar keine Daten erheben und nicht davon ausgeht mit, okay, ich erhebe ganz viele Daten und benutze nur die, die ich wirklich brauche. Und ich glaube, das kann so etwas sein, wo man vielleicht auch an sich selber arbeiten kann und dass man so denkt, okay, also vielleicht kann man auch im echten Leben mal durchgehen und gucken, was für Daten gebe ich über mich auch selber preis. Und sozusagen der Default ist nichts preisgeben und immer nur das preisgeben, was man braucht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Mindset das generell. Also natürlich muss man auch Ausnahmen machen. Man hat ja auch Familie und Freunde, die vielleicht mehr über einen wissen können. Aber ich glaube, dass sich das auch ganz gut so auf Technologie übertragen lässt. Also dass man sich da wirklich irgendwie drüber nachdenkt und da ein bisschen mehr Zeit rein auch steckt. Und ich glaube, dass es auch bei Jugend-Hack-Projekten ja machbar ist. Also hat man ja oft ein Wochenende und ich glaube, dann findet man da zehn Minuten bis eine Stunde, um da mal drüber nachzudenken. Und das ist ja auch ethisch interessant. Und wenn wir auch mit Code die Welt verbessern, ich glaube, dazu gehört auch, dass man die Welt verbessert in Hinsicht auf Datenschutz. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema für Jugendliche. Warum glaubt ihr denn, wissen vielleicht so viele Jugendliche gar nicht so viel über Datenschutz? Oder ist es ihnen nicht so wichtig? Nochmal so ein ganz anderes Thema. Es gibt ja viele Leute, die sind ganz für Social Media, wo Datenschutz vielleicht fragwürdig gehandelt wird. Warum glaubt ihr, dass vor allem Jugendliche das so ignorieren? Ja, die Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Ich weiß jetzt nicht genau, was andere Jugendliche denken, aber ich denke, ein Problem ist zum einen, dass Datenschutz immer so ein abstraktes Thema ist. Also das liest man davon. Manchmal liest man irgendwelche Sachen in Zeitungen oder Online-Zeitungen wahrscheinlich eher, aber weiß auch nicht so richtig, was bedeutet das jetzt? Wie betrifft es mich? Und zum anderen ist es auch so, Datenschutzerklärungen sind ja, wie gesagt, meistens in so einem Jura-Sprech geschrieben, was eigentlich ganz interessant gar nicht notwendig ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Die soll ja, wie gesagt, gut lesbar sein, sodass möglichst jede Person, die versteht, dieses Microsoft-Beispiel von vorn ist da eher ein komplettes Gegenbeispiel. Es ist eigentlich eher schädlich und man könnte argumentieren, es ist fast schon eher, eigentlich schon wieder ein Verstoß gegen den Datenschutz. Und das, also das eben so Datenschutz-Effindungen, was nicht gut formuliert ist. Und das andere ist, dass man sich auch mit der DSGVO gar nicht so beschäftigt hat. Ich kann tatsächlich allen Leuten empfehlen, sich die mal durchzulesen. Die ist relativ gut formuliert, anders als manch andere Gesetze. Man kann sich da mal den Anfang durchlesen. Alles, was man nicht versteht, überspringen. Aber die meisten Sachen versteht man eigentlich relativ gut so, ohne dass man davor irgendwie erst ein Jurastudium oder sowas benötigt. Und das, finde ich, ist halt eben vorteilhaft auch. Das heißt, man sollte sich damit immer beschäftigen. und zum anderen müssten halt auch eben, finde ich, müsste mehr Awareness dafür geschafft werden. Ich hoffe natürlich, wir hoffen natürlich, dass dieser Vortrag ein bisschen dazu auch beihilft. Aber vielleicht sollte es auch irgendwie in der Schule oder sowas angesprochen werden. Es gibt ja immer mehr Informatik oder ITG-Unterricht oder sowas. Da könnte man halt auch sich vielleicht ein oder zwei Stunden damit beschäftigen. Das würde, denke ich, schon sehr viel helfen. Genau. Und die Richtung auch, weshalb das gar nicht so häufig ankommt bei den Leuten, ist, glaube ich, weil sie gar nicht so das Verständnis dafür haben und gar nicht nahe gebracht bekommen, weshalb das wichtig ist. Darüber haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen. Das wäre nochmal was völlig anderes. Aber dass viele Leute sich gar nicht dessen bewusst sind, was da für ein Finanzierungs- und Ausbeutungsmodell hinterm Datensammeln steckt und wie viel und weshalb überhaupt eine App kostenlos sein kann. Ich glaube, diese Reflexion fehlt bei vielen Leuten. Das finde ich total schade. Oder, Liv? Genau, ja, finde ich auch so. Und ich glaube, dass, ich glaube, Paul hat ja gerade schon sozusagen angesprochen, so sollte man das auch mehr in der Schule thematisieren. Dem stimme ich total zu. Aber ich weiß nicht, ob sich alle Lehrer dem so gewappnet fühlen würden. Genau. Ich habe neulich eine Präsentation gehalten über Datenschutz für Jugendliche in der Schule und habe das natürlich auf dieser Website Have I Been Pawned gezeigt, wo man so seine E-Mail-Adresse eingeben kann. Und dann kann man sehen sozusagen, wo es irgendwie Leaks gab, wo die rausgekommen ist. Das ja auch was mit Datenschutz zu tun hat. Und das fanden alle total cool und total interessant. Und da hat ja DSGVO vorgestellt und das kannte praktisch keiner. Also, ich finde, das ist ein guter Punkt, wo man ansetzen muss, aber ich glaube, es reicht nicht. Also, ich glaube, da muss die Schule an sich noch das selber mehr pushen, weil man das nicht auf die Schüler ablagern kann. Genau, falls ihr im Chat oder wo auch immer ihr gerade, nein, man guckt nicht im Chat so, wo auch immer ihr gerade zuguckt, falls ihr noch mit uns weiter diskutieren wollt und noch Fragen habt, gehen wir danach noch in einen BigBlueButton-Raum, der ein bisschen datenschutzfreundlicher ist als Zoom. So müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Und genau, wir würden uns freuen, wenn noch möglichst viele Leute dort mit uns weiterreden, da dieser Stream in drei Minuten zu Ende ist. Aber, genau, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren und ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, wo man auch, glaube ich, endlos weiter darüber reden könnte. Genau, und an der Stelle nochmal, wir haben jetzt total viele Rückmeldungen schon im Chat bekommen, dass euch der Talk vielleicht auch gefallen hat und es freut uns natürlich auch total, dass wir euch da irgendwie ein bisschen Input geben können. Ja, war total nett mit euch als Publikum, auch wenn wir euch leider dieses Mal nicht vor Ort sehen. Aber es hat ja auch einen Vorteil datenschutzrechtlich. Dann, egal, nein, okay, so funktioniert es nicht, aber gut. Nee, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Auch danke für die, die zugehört haben und ich freue mich auch gleich dann noch auf, vielleicht, falls noch Fragen sind im BigBlueButton, vielleicht auch, vielleicht auch zu eigenen Projekten, wenn ihr da was habt, könnt ihr auch fragen, vielleicht können wir euch ja da irgendwie weiterhelfen oder sowas. Super, dann tschüss und bis zum nächsten Community Talk. Tschüss, bis zum BigBlueButton.